er pumpt gerade erst mal die energie in die eine andere seite aber das gemisch lager ist eigentlich voll genug dass der da genau perfekt geht auch wenn wir das ding haben brauchen drucker und den würde ich gerne hier vorne dran bauen weil das ding bauern nur zum hin und her transportieren den drucker da müssen immer sachen rauskommt das heißt wir brauchen mal hart dafür könnte man auf jeden fall noch mal die mod dran bauen und das gemisch können wir so lange hier lassen endlich das gemischtes zeug hat hier können wir so lange hier lassen und das wo auch noch mal hier dran tun die mutter noch dran und wenn man dazu diesen komischen stein wieder gehen würden was soll das die kosten gar nichts ach so schon okay krass die kann ich einfach so bauen kostet mich das gar nichts komisch okay wir brauchen aber trotzdem harz und dazu mussten wir mussten wir müssten wir wieder in diese eine richtung gehen ich glaube die nicht welche ist denn das ich glaube die jahre haut das sind nein in die richtung da war harz irgendwo zwischendurch juhu harz harz der vierte das harz das harz jetzt haben wir erstmal ein paar mal harz und ich gleich noch ausprobieren warte mal dafür kommen wir die mod ab aber soviel kann man da ähnlich ausprobieren denn das sind wir da auch gleich voll und sogar ein stund doch da da ist keine energie mehr und gleich kein sauerstoff mehr ich habe die worts muss ich mir mal belesen was diese bringen da habe ich schon schon ganz verstanden so haben wir trotzdem keine energie müssen wir wieder aufladen ja die energie in dem hat dann ihr mensch rausflogen dann kriegt man energie für was wollte ich jetzt das harz genau damit wir so mittleren drucker bauen können mit wir so ein ding brauchen können und kann ich nichts anbauen etwa wegen den dingen hier ne a ups 1 2 2 2 2 3 2 2 so dann hätte ich jetzt gerne hier so ein ding dran das habe ich dann geht das nicht früher konnte ich hier noch ein rohr dran bauen geht das jetzt nicht mehr wie schaut ja das denn einmal hat immer hat ein hart so wenn das so ist müssen wir auf jeden fall umdenken indem wir hier weiter auseinanderbauen haben wir noch einen dran hier können wir dran bauen komisch die vorne ich kann auch nicht mehr dran bauen ok also ist das nicht mehr so wie früher gut pass auf dann bauen wir hier den drucker hier kommt die schmelze also können wir den druck einbauen vor noch ein bisschen mehr harz hier aber nicht glück haus aber wir haben genug lagerplatz das ist wichtig ein theoretisch zumindest wir können erst mit den generator drauf packen den bräuchte kommen bis gar nicht das ding nehmen wir mal mit ich weiß nicht ob wir das irgendwann nochmal brauchen was wir hier lassen können ist das aluminium dann brauchen wir also noch mehr guck nicht kupfer sondern harz hart hartes herzliches hart die mod gleich wieder drauf einmal das ding abgesaugt hier hier ein hier hier ein hier war wieder ein bisschen gemischt zu essen geben gut jetzt aber eigentlich genug packen so da muss jetzt ein drucker in mittel mittelgroße drucker was habe ich noch schmelzer fahrzeug buchtausch das war noch nicht vorstiegsstation mittelgroße drucker dafür brauchen wir kupfer toll wir haben euch nur ein kupfer unserem glück ein kupfer wo ich noch ein kupfer das heißt wir müssen noch mal runter und da gab es ja diese eine hülle da könnte man vielleicht glück haben dass wir der kupfer rauskriegen davor müsste man aber vielleicht hier noch ein bisschen was wegschmeißen sich wegschmeißen aber mal ablegen das legen wir mal drauf als ablage hier dann gehen wir mal runter dann gucken wir auch da in der höhle der löwen noch was bekommen das ist der falsche weg ich glaube hier ist man gelaufen gehen wir da noch mal rein und gucken wir aber da noch was finden feines so so papa 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 ding 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 so äh, warte mal, hier war das riesen Loch, gell? Genau. Hüppala, war das hier? Ja, das war hier. Wie kommen wir hier runter? Wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir hier runterkommen. Dafür ist die Mod natürlich schlecht. Weil ich keine Kippie bauen kann. Ähm. Weil. Doch, ich komm da ran. Äh. So kann man sich auch sein. Guck vor, er schummen. Gehen wir nochmal auf die Seite hier. Oh, nur ein wenig Kupfer. So lustig ist immer. Ja, perfekt. Ähm. Dass ich mich bei sowas immer voll mitbewege hier auf dem Stuhl. Ich lenke mich quasi in die Richtung, wo ich hin muss. So, wir müssen hier rechts lang, wegen den Löchlein. Tipp, 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 tipp. So, jetzt hier oben noch lang und dann sind wir auch schon wieder da. So, dann können wir Kupfer einschmelzen und können unsere Fahrzeugbucht bauen. Äh, unseren Druckerbau, nicht Fahrzeugbucht. Das heißt, smelzen. Äh, das bitte einmal alles einschmelzen. Und du kommst jetzt dort drüben hin und machst mir den Drucker. Mach mir den Drucker. So, jetzt haben wir den Drucker. Äh, und der kann drucken, wenn er Energie hätte. Und zwar brauchen wir für Energy, Organisches, zack. Was die überhaupt kann, weil wir brauchen für den Dings, brauchen wir einen Sessel, Sitz, Sitz, Sitz für das Fahrzeug. Sonst können wir das nicht fahren. Und das braucht zwei Gemisch. Gott sei Dank haben wir davon zu viel. Mittelgroßes Lager, Solarmodul. Okay, offener Sitz, Mittelgroßes Lager, offener Sitz. Braucht zwei Gemisch. Hab ich sogar noch mit dabei. Ähm, Gemisch, Gemisch. Kann ich gleich mal ordentlich losdrucken. Zwei Kupfer, haben wir die noch? Ja, gell, da könnte man so ein großes Solarmodul mehr bauen. Am besten wäre aber mal ein Akku. Äh, folgendes. Okay, jetzt müssen wir einfach mal das haben, müssten wir das große Ding hier bauen. So, dann nehmen wir die mal mit. Hopp. So, dann tun wir da das Ding drauf. Und dann können wir noch ein mittelgroßes Lager bauen. Das kommt dann hinten drauf. Äh, Quatsi. So. Zwei Gemisch, die hole ich mal eben aus dem Lager. Die haben wir da. Und dann haben wir unser Fahrzeug. Äh, Gemisch eins. Gemisch zwei. Zack. Gut. Lager, lalalalala. Und bauen. In der Zeit können wir mit über, äh, und über, unserer übermächtigen Pistole mal noch ein bisschen ökologisches Scheißchen sammeln. Also organisches. Funktioniert ja sehr gut damit. Zack, noch was. Und noch eine machen wir uns voll. Wenn wir Energie hätten. Ah, gehen wir auch keine Energie aus. Äh, kein Problem. Machen wir uns neue Energie. Ups. Kuh war's. Damit gehe ich zu sich. Machen wir uns noch ein bisschen was. Damit wir hier noch eine Packung voll haben. Gut. Perfekt. Äh, die können wir ja eigentlich erstmal irgendwo ablegen. Ich höre es schon. Ich höre es schon. Ich höre es schon. Ich höre es schon. Äh, da haben wir auch schon eine ganze Menge geschafft. Äh, äh, war hier ein bisschen strecken und ein Schluck. Ah, ne, ich kann nichts trinken. Nein, das ist ja doof. Ich muss mir noch was zu trinken gleich holen. Wir warten hier mal kurz in Ruhe den Sturm ab. Wir sind ja diesmal mal ja Glück, was die Sturm angeht. Das ist übrigens gleich safe gewesen. Aber wir haben es ja noch nicht weit gekommen, aber wir sind ja noch nicht weit gekommen. Im Endeffekt haben wir ja noch ein Fahrzeug fertig. Was ich gerne hätte, was ich gerne hätte, wäre noch eine Batterie. Was ist das hier? Das ist Kupfer. Äh, ne, Dings, gell? Kupfer, Kupfer, gut. Dann, äh, würde ich vielleicht so eine große Solarplatte mal machen. Na, am liebsten wären wir noch ein Akku. Obwohl ich fast dafür bin, dass wir jetzt langsam mal wirklich loslegen mit Forschen, weil das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Wir brauchen viel mehr Sachen und es gibt ja so viel mehr Sachen. Wie ich hier drinnen sitze. Hi, hallo. Oh, kann man voll weit rausschauen? Wusste ich gar nicht. Oh. Können wir gerade unsere ganze Basis schon angucken? So. Dürfen wir jetzt wieder raus? Dankeschön. Ähm. Wir haben jetzt, haben wir das Ding schon gedruckt? Ja, haben wir. Das heißt, das können wir schon mal drauf tun. Zack. Da drauf. Hier, hier, kurz wenn wir den Ding fahren, ja. Mä, mä. Okay. Okay, die Störung ist ein bisschen... Hä? Okay, die Störung ist etwas komisch. Denn ich fahre da... Äh, Gott. Das ist nicht mit Gas geben, sondern ich fahre im Endeffekt da, wo ich lenke. Okay. Das ist ein wenig verwirrend, aber das kriegen wir hin. Kann ich mich hier überall rückwärts einstöpseln oder... Also rückwärts einstöpseln, wir schon mal gar nichts. Doch, so. Ah, 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 ah. Gut, so wird das was? Gut. So lade ich den wieder auf. Äh, auch kommen wir mal was Schönes anmachen. So. Ähm. Dann habe ich gesagt, würde ich gerne eine große... Das hat ja gut geklappt mit etwas Ordentlichem. Ein großes Solarmodul haben, in dem ich... Wir haben noch zwei Kupfer. Ein Kupfer. Ups. Da haben wir mal. Zwei Kupfer. Bauen. Und dann würde ich gerne erstmal erforschen. Das heißt, der Solarmodul ist dafür da, dass wir gegen das Tagsüber auch viel Energie haben. Äh. Äh, so. Stehe ich jetzt mal da drauf. Das macht auf jeden Fall ordentlich Energie jetzt hier das Ding. Weil für das Gabrom ja auch ordentlich Energie. So, passt auf. Wir haben ja jetzt festgestellt, überall auf den Bäumen sind diese Teile zum Forschen teilweise mit drauf. Wo haben wir denn noch so eins? Ähm, 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 ähm. Ist hier sowas drauf? Jetzt glaube ich gerade nicht. Die Frage ist, sehe ich das irgendwie, kann ich das sofort rausholen? Ich muss mal gucken. Ist natürlich nicht auf jeden Baum so ein Teil drauf. Aber ich hatte es auf jeden Fall nochmal gesehen. Außer nur das eine Mal. Was mich gerade interessieren würde, kriege ich das so raus? Oder, ähm, wenn wir nicht nur irgendwo noch ein abgestürzt werden, so viel noch zu suchen. Abgestürztes Teil hat man glaube ich auch nochmal gesehen, ne? Das eine wollte man da hinten noch ausgraben. Das ist glaube ich in die Richtung gewesen hier. Da oben, siehst du das? Da oben links ist auch noch was. Also, es gibt noch genug zu tun. Aber zuerst dachte ich mir jetzt, ähm. Ich höre das mal schnell runter, wenn das geht. Kann man das runterheben? Ja, geht. Ah. So. Das ist fix zurückgebracht. Das ist unsere Heimat. Luft, da. Da ist Luft. So. Dann tun wir das hier mal zur Forschungsstation bringen. Scheiße, schon. Ich kann gar nicht mal sprechen. So, bevor die Sonne untergeht am besten. Nein, 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 nein. Ich bin hier geblieben. Da drauf, bitte. Danke. Und erforschen. Na, ich glaube, das reicht nicht mehr von der Sonne. Die geht mich gerade unter. Ähm. Er forscht Winde. Winde? Was für eine Winde. Was für eine Winde. Winde, Winde. 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 Was das denn? Titan. Ach, du großer Gott. Oh Gott. Oh. Gott. Okay. Ich würde sagen, für die Leute auf YouTube, das war es erstmal für heute. Mit den Live-Let's-Play. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge von, äh, den, falls wir das mal weitermachen. Äh, wie gesagt, das ist ja kein festes Let's-Play, was dann rauskommt. Ich mache zwar das als Folgen, dass das rauskommt. Bloß, das wird jetzt nicht alle zwei Tage oder jeden Tag was kommen. Das ist immer zufällig. Und wenn die Jablo-Musik jetzt nochmal so doll reinkommt, dann wäre es echt scheiße. So, ähm, das heißt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da. Fragt mich, äh, äh, sagt mal, wie ihr so Live-Let's-Play es findet. Das nächste Mal könnt ihr ja so gesehen mitgucken. Das war jetzt ein bisschen unorganisiert. Einfach unten in den Kanalinformationen mal gucken. Da steht der Twitch-Kanal. Da wird dann ab und zu immer Live-Let's-Played. Ne? Gut. Alles klar. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Für die Leute auf Twitch, die bleiben natürlich nur kurz dran. Äh, so, macht's gut. Tschüss.